Hallo, ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Postfolge heute am Mittwoch. Heute verschwindet das Fortuna-Festival wieder für ein weiteres Jahr und ich bin gespannt, was heute reinkommt. Ich weiß noch nicht, ob die Modenschau noch eine Woche weiterläuft. Das kann ich gerade tatsächlich nicht sagen. Eventuell neue Aufgaben. Mit neuen Pferden rechne ich nicht. Da ist eigentlich jetzt der Abstand zu kurz seit dem letzten Mal. Ich bin gespannt, auf was wir uns freuen dürfen, definitiv. Und natürlich wird nachher auch noch wieder das Update-Video dazu kommen. Aber erstmal machen wir den Anfang mit euren Briefen. So, und der erste kommt von der Rosalie Crazymore. Sie schreibt, hey Cardi, ich hoffe, der Brief kommt durch. Jawohl, ist er. Perfekt. Erstes Goal schon mal erreicht hier. Du bist die Beste. Warum du die Beste bist? Ja, ganz einfach. Du bist hübsch, du bist einfach interessant. Du hast eine sehr schöne Persönlichkeit. Und ich hab dich lieb. Oh, das ist voll... Oh je, oh je, oh je. Ich mach alles kaputt. Dankeschön. Das ist voll lieb von dir. Oh. Ich hoffe, du hörst nie mit YouTube auf, denn deine und Fabis Videos sind immer so schön anzusehen. Bleib so, wie du bist. Und Grüße gehen auch noch raus. Ja, könntest du vielleicht auch grüßen. Das kann ich natürlich machen. Und zwar gehen Grüße an Hanni und Nanni und Fabi. Okay, das richte ich gleich direkt aus. An die Mandy, das richte ich auch gerade direkt aus. Und liebe Grüße von der Rosalie Crazy More. Und liebe Grüße auch an die Familie von der Rosalie. Und an die Antonia Mountain Bear. Und auch an die Rosalie selber. Ganz, ganz liebe Grüße und vielen lieben Dank dir für den Brief. Das ist so süß, das zu hören. Vielen lieben Dank dir. Phoebe, heißt du denn echt Phoebe? Das ist cool. Ich mag den Namen. Ich find den toll. So, ich muss mal ganz kurz wieder auf die Uhr umschalten. So, Phoebe ist echt ein cooler Name. Dann vielen lieben Dank dir, Phoebe. Warte mal. Phoebe? Oder Phoebe? Phoebe, genau. Phoebe geschrieben. Ich wollte lieber nochmal nachgucken, dass ich nicht, dass ich das falsch schreibe hier. So. Viele sprechen es ja auch Phoebe aus. Tatsächlich, hab ich schon oft gehört. Johanna Fischbär schreibt den nächsten Brief. Hi, Cardi. Du und Fabi seid echt die besten YouTuber der Welt. An Violet, Cold Hill, Alicia Snowdaughter rieche ich gleich direkt aus. Und an den Club, die Silent Magpies. Und an mich. Dankeschön und liebe Grüße auch an dich zurück, Johanna. Da gehen direkt die nächsten Grüße hier raus. Nicht, dass ich das irgendwie vergesse. Und liebe Grüße auch von der Johanna Fischbär. So. Dann brummt's wieder. Und da ist schon wieder ein herzlichen K für Cardi. Ah. Voll süß. Und ein F für Fabi. Hab euch mega lieb. Deine Johanna. Oder auch Jojo. Vielen lieben Dank dir für den Brief. Und ich hoffe, die Grüße kommen an. So. Der nächste Brief. Oh, liebe Grüße zurück und danke. Habt ihr's gehört? Wenn nicht, dann... Oh, liebe Grüße zurück und danke. So. Mal gucken, ob vielleicht noch ein paar Grüße kommen. Also. Ihr habt's gerade gehört. Direkt schon liebe Grüße zurück. Da habe ich die Mandy mal noch erwischt, wo sie noch wach war. So. Ihr hattet jetzt gerade leider schon einmal das Bild vom Gruppenfoto eingeblendet. Da nämlich meine Festplatte vollgelaufen ist. Super doll. Das heißt, ihr habt jetzt vier Minuten ein Standbild gehabt. Es tut mir ganz, ganz, ganz doll leid. Aber ich wollte jetzt nicht, dass ich dann direkt den Sprung mache in die nächsten Briefe, weil dann hätte ich ja ein paar nicht vorgelesen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, lieber ein Standbild einzublenden, als dass ich jetzt die Briefe einfach quasi nicht vorlese. Ich hoffe, es ist okay. Es tut mir leid. Und ich springe jetzt wieder ein bei der Vendela Monster Watcher. Sie schreibt, ich nochmal, ich wollte dir noch kurz sagen, dass du mega cool reiten kannst. Ich reite selbst auch. Kannst du denn Videos mit Quitte, weiß nicht, wie man die kleine Maus, wie die kleine Maus geschrieben wird, drehen? Liebe Grüße Wende, kann leider keine Herzen machen. Das macht überhaupt nichts. Ich kann ja jetzt seit Sonntag von der Woche Videos machen. Yay! Ich bin happy, euch jetzt teilhaben lassen zu können. Ich habe noch für ein weiteres Video, habe ich noch ein paar Schnipsel. Die sind von Mitte Dezember ungefähr. Ich möchte mir aber damit Zeit lassen, weil ich die ja auch kommentieren möchte. Beziehungsweise auch gucke, die sind, da hört man auch gut die Reitlehrerinnen drin. Dass ich das so ein bisschen, ja, anpasse und abstimme, dass ich da wirklich ein gutes Video mache. Und da ich momentan relativ viel um die Ohren habe, weiß ich noch nicht genau, wann ich das schaffe, weil ich möchte es halt wirklich ordentlich machen. Aber es wird definitiv kommen. Quitte hat ja jetzt zwei bis drei Monate Pause, circa. Drei Wochen sind jetzt eigentlich schon fast rum. Und wenn es dann wieder weitergeht mit dem Reiten, dann werden auch definitiv davon wieder Videos kommen. Das kann ich euch hoch und heilig versprechen. Allerdings wird dann zwischen dem nächsten Video und, also zwischen dem zweiten und dritten Video, wird wohl eine etwas längere Pause kommen. So. Vielen lieben Dank, dir Wende. Hast du denn, hast du ein eigenes Pferd oder nimmst du Reitstunden? Kannst du dir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn du gerade die Folge siehst. So. Der nächste Brief von der Antonia Goldnose. Sie schreibt, hey, danke, dass du meinen Brief vorgelesen hast. Und ja, du hast mir zweimal die Antwort geschrieben. Aber nicht schlimm. Aber nicht schlimm. Aber du schreibst ja schon nicht schlimm. Ach so. Und ich habe es auch unter deiner Postfolge geschrieben. Also ja. Hab dich lieb. Das wolltet ihr nur mal schreiben. Ach so. Und du und Fabi seid natürlich die allerbesten. Ihr macht die besten Videos. Ihr seid perfekt. Na, perfekt sind wir nicht. Aber vielen lieben Dank, dir. Wenn ich Hausaufgaben mache, dann läuft irgendein Video von euch. Ist egal, ob es Sims ist oder SSO oder irgendein anderes Video von Fabi. Ach ja, ich liebe einfach eure ganzen Videos. Macht weiter so und bleibt so, wie ihr seid. Denn so seid ihr perfekt. Naja, ihr seid immer perfekt. Hab euch lieb. Und kannst du bitte nochmal Mandy grüßen? Anna-Sophie. Mensch, jetzt kommen nochmal Grüße. Okay, das waren noch nicht die einzigen Beispiele. Weil ich habe auch noch Grüße von der Antonia Goldnose an dich. So. Ja, vielen lieben Dank dir. So, jetzt schicke ich aber diesmal nur eine Antwort. Vielen, vielen Dank. Das ist... Ihr glaubt gar nicht. Wann mal, wie war das? Sophie? Aber davor war noch was. Anna-Sophie. Okay. Ihr glaubt gar nicht. Es ist zwar im Endeffekt, das haben auch schon manche geschrieben, dass sie das gar nicht unbedingt so gerne schauen, die Postfragen, weil es oft sich ähnelt. Aber ihr glaubt gar nicht, wie sehr einen das immer wieder aufbaut und motiviert einfach, die Briefe zu lesen. Chiara Kettel hat geschrieben, hoffe, er kommt noch an. Jawohl, er ist angekommen. Hi, Cardi. Ich finde, du und Fabi, ihr seid die allerbesten YouTuber. Sorry, SSO wollte es nicht anders gelten lassen. Ja, das Wort YouTube ist ganz, ganz böse in Starstable. Die allerbesten YouTuber der Welt. Ihr macht einen immer glücklich mit euren Videos. Und liebe Grüße gehen an Fabi, Hanni und Nanni und Quitte. Falls SSO es nicht zulässt, ich meine dann Reichtbeteiligung. Hey, SSO zensiert Quitte nicht. Und liebe Grüße Liebe Grüße an dich zurück, Chiara. Bleib so wie du bist, deine Anna. Vielen, vielen lieben Dank dir. Die Grüße kommen definitiv an. Ich bin morgen, also am Donnerstag, bin ich ja wieder bei Quitte. Und ich habe irgendwie heute ein Problem, mit den Namen zu merken. Anna war es. Sorry. Und da wird sie auf jeden Fall mal wieder durchgeknuddelt. Ich habe auch gestern ganz, ganz, ganz doll mit ihr geschmust. Und ja, ich bin ja gestern, bin ich den Hengst geritten. Eins von den beiden Pferden von der Bereiterin von der Quitte, den ich jetzt reiten darf, solange die Quitte eben in Pause ist. Und ihr glaubt gar nicht, wie mega dankbar ich der Bereiterin dafür bin, weil das ist einfach... Mich ehrt das Vertrauen, das sie da in mich hat. Und sie wäre ja nicht verpflichtet dazu, mir ein anderes Pferd zur Verfügung zu stellen. Wenn ein Pferd eben lahmt, dann lahmt ein Pferd eben. Und ich finde das einfach eine ganz, ganz tolle Sache von ihr, dass ich ihn reiten darf. Zumal es er nicht direkt oben beim Hof steht, sondern in einem anderen Stall. Und sie nicht mehr herfahren muss, weil er momentan keine Berge laufen darf. Richtig krass. Also da bin ich wirklich extrem dankbar für. Vielleicht habt ihr ja die Bilder gesehen, die ich auf Instagram gepostet habe. Ganz, ganz, ganz feine. Auch ein Schmuse, Bea. Conny, schreib den nächsten Brief. Miau. Wollte einfach mal ein bisschen Liebe dalassen. Ganz viele Herzen an Cadi. Herzige Grüße, das... Das Cons? Okay. Cons. Ich finde ja immer im Herzen im Allgemeinen so nach... Äh, ich finde ja immer Herzen im Allgemeinen sehen so nach Schleimerei aus, auch wenn es gar nicht so ist. Liebe verteilen, heutzutage schwer sein. Ja, ja. Und es wird viel zu wenig Liebe verteilt. Es wird sich viel zu sehr gehasst. Das, äh... Leider. Vielen lieben Dank, Ticoni. Bist du diese Woche auch... Äh, diese Woche. Bist du dieses Jahr auch wieder auf der Gamescom? Kannst du dir auch wieder in die Kommentare schreiben. Oder schreibst du nochmal in Bri. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ja, einen kriegen wir noch hin. Von der Lorelei Dragondaughter. Und zwar... Hallo Cardi Dina. Ich brauche unbedingt deine Hilfe bei Fraps. Und zwar auf welcher Seite kann man Fraps runterladen? Warte. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Ich kann euch gleich sagen, wie die Seite heißt. Weil ich google jetzt einfach mal nach Fraps. Die Seite heißt www.fraps.com. So einfach. Ähm... Und wie läuft das dann ab? Kann ich Fraps erst kostenlos testen und muss dann bezahlen? Und wenn ja, wie läuft das mit der Bezahlung ab? Weil es ja auf Englisch ist. Und ich bin nicht so gut in Englisch. Und was hältst du von Bandycam? Und wie viel kostet nochmal Fraps? Liebe Grüße, Lorelei Alina. PS. Ich hoffe, du kannst mir weiterhelfen. Ähm... Von Bandycam halte ich jetzt persönlich nicht so viel. Weil ich bislang tatsächlich nicht ein einziges Video von Bandycam gesehen habe. Was wirklich verlustfrei aufgenommen wurde. Ähm... Verlustfrei bedeutet, dass die Videos größer werden. Und der PC mehr belastet wird, aber einfach die Bildqualität besser ist. Das zum Beispiel bietet Fraps. Das kann zum Beispiel auch OBS Studio bieten. Ähm... Auch unbegrenzt lange. Also es hat keinen Zeitraum, wo man dann irgendwann, wo die Zeit abläuft. Aber man hat halt dann oben ein Wasserzeichen drin. Und man kann nur 20 Sekunden Clips aufnehmen. Maximal mit der Testversion. Das ist das einzige Problem. Aber damit kann man schon mal testen, ob der PC das packt. Und äh... Ja. Das kann man dann ausprobieren. Ich weiß nicht, da gibt es irgendwo, gibt es da so einen Download-Button. Da geht das drüber, glaube ich. Und wie das mit dem Bezahlen läuft. Ich glaube, das kostet 35 Euro. Sind's umgerechnet. Und ähm... Wir haben das über PayPal bezahlt. Ich weiß gerade gar nicht, wie das genau funktionierte. Jedenfalls ähm... Er stellt man sich dann einen Account quasi bei Fraps. Und kommt dann in die äh... Members Area. Also in die... In diesen Mitgliederbereich. Und da kann man sich dann eben die lizenzierte Version von Fraps runterladen, wenn man es einmal bezahlt hat. Beliebig oft auch runterladen. Ähm... Alle Updates sind dann kostenlos. Und dann kann man eben unbegrenzt lange aufnehmen und ohne Wasserzeichen. Ähm... Ja. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Und tut mir leid, dass die Antwort so lange gedauert hat. Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Dass... Äh... Du jetzt nicht sauer bist, dass sich das so lange gezogen hat. Hm. Ähm... Okay, ihr Lieben. Aber jetzt kommt dann auch nochmal das Bild vom Stream. Ähm... Was haben wir da gemacht? Wir haben es in Forpinta gemacht. Genau. Vorm Championat in Forpinta. Und diese Woche war es auch wieder deutlich leichter. Da der Chat nicht so herumgesponnen hat. Und es leichter war, eine Reihe hinzubekommen. Und ähm... Ja. Im Endeffekt war es das jetzt für heute von der Postfolge. Vielen lieben Dank euch für die Briefe. Nachher gibt es dann noch die News. Ich bin gespannt, was es wird. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.